Wusstest du, dass ich mal für 1.000 Euro oder ich glaube sogar 2.000 Euro von Chefkoch verklagt wurde? Warum? Was hast du gemacht? Ich habe für ein Jahr lang, habe ich mir geschworen, ich mache jetzt einmal pro Monat einen Koch-Stream und dabei habe ich fast die Küche von meiner Mama abgefackelt das eine Mal und es sind auch noch andere lustige Sachen passiert. Unter anderem habe ich die Rezepte verlinkt auf meiner Website. Ja, da komme ich ins Spiel. Auf jeden Fall hast du dich dann quasi darum gekümmert, dass so diese Links auf die Website kommen, was übergeil war. Sogar noch eins mehr, die Bilder von Chefkoch genommen und auf die Website quasi, wie meine Mom sagen würde, eingepflegt. Jetzt aber der Twist, die Bilder waren Copyright geschützt. Mein Anwalt hat mir erklärt, hätte man das Bild anklicken können, dann wäre es okay gewesen. Boah.